Nichts. Gar nichts. Er kommt jetzt hier ums Eck. So. Und jetzt steht er da. Der Bird. Und jetzt hat er Bird vor sich. Boah, mein Gott. Fürchterlich. Fürchterlich. So, und wenn da jetzt... Und... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Bilder sehen will. Edoardo Mortara. Was für ein Aufschlag. Aber eins muss ich jetzt Daniel auch mal sagen. So ein Katastrophenunfall. Also, danke an die Konstrukteure. Cassidy mit Riesenglück auch hier, dass der innen noch durchfahren kann. Okay. Jetzt schau dir das an. Das Heck fährt da dem Jaguar von Sam Bird ab. Dann rechts der Einschlag. Und hier... Dann hast du hier der Costa, der auch mit Leidtragender ist. Dann kommt der Nächste. Das müsste Van Dorn gewesen sein. Ja. Und jetzt kommt gleich irgendwann Edoardo Mortara. So. So. Bird kann natürlich nix machen. Ja, und der... Schau mal. Boah, das ist ein heftiger Einschlag. Das ist wirklich ein heftiger Einschlag. Also, ich sag's dir ehrlich. Seitlich. Seitlicher Aufprall.